Du möchtest ihn um den Finger wickeln? Gut! Hier kommen ein paar Dinge, die ihm garantiert einheizen werden. 1. Let's talk about sex Der erste Tipp ist ganz einfach. Reden! Sprich deine Wünsche und Fantasien aus. Sei offen und forsch und frag ihn ebenso nach seinen Wünschen. Um herauszufinden, was dich und ihn glücklich macht, müsst ihr die Dinge beim Namen nennen. 2. Fühl dich wohl Selbstbewusstsein im Bett törnt an und wenn du dich selber magst, strahlst du das auch aus. Es geht nur um euch, die jede Menge Spaß und wenig Schlaf vor sich haben. Warum also über Problemzonen nachdenken? Mach deinen Kopf frei und hab Spaß! 3. Gönn ihm jede Menge Vorfreude Vorfreude ist die schönste Freude. Sprich, mach ihm Appetit. Schick ihm ein paar explizite Botschaften per Smartphone, worauf du gerade Lust hast. Auch hier gilt, was immer dich anmacht, schreib es ihm. 4. Sex zum Wachwerden Es ist wissenschaftlich belegt, dass Männer morgens so richtig schön scharf sind. Guten Morgen-Sex bereitet außerdem ganz optimal auf den Tag vor. Die sexuelle Erregung setzt Glückshormone frei und kurbelt unseren Kreislauf an. 5. Liebt euch an ungewöhnlichen Orten Umfragen zeigen, dass Männer es spannender finden, an ungewöhnlichen Orten verführt zu werden. Im Büro, auf der Rücksitzbank oder in der Umkleidekabine? Geht raus und seid kreativ! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.